Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening und ja heute gibt es gute 35 K-Sets und ja wir fangen an sofort an mit dem ersten 7500er Pack und ja es ist mit Inazard und wen haben wir jetzt drin? markets Nähn! Non- pneah Pyais du kannst höchst Nächste Set mit einem guten Lionel Messie dass wir nur finden Review Ok und wir öffnen es und was bringt uns Lionel Messie handelt dasżyć Petro ist okay ist okay das können wir wieder abkloppen und da kommen auch schon zum letzten 7.500 das hätten mit er kommt immer wieder Messie der war gerade vorhin aber er hat mich jetzt kann ich hinzufügen nochmal es war kommt noch drei ich bin auch so dumme dritte mal so jetzt aber Lionel Messie letzte 7.500 das hat und ja da war nichts drin und ich mach kurz den Cut so da bin ich wieder da war Nagat Nagatomo drin und er ist nichts wert so alles sehr fein hinzufügen das können wir abstoßen und jetzt kommen wir zum letzten Set heute nämlich das 7.500 äh 35.000 Set so einmal zweimal dreimal so wir öffnen es warte ich gehe lieber nochmal raus und dann nochmal rein so und wir öffnen jetzt mit der Nase so wir stehen auf drehen uns um und schließen die Augen und jetzt bitte bitte ich fliehe dich um alles an und was haben wir drin nur scheiße nur scheiße nur scheiße ey ey warte der ist was fährt so ich will sagen wir sehen uns nach einer Kleinkeit wieder wenn ich mir noch ein Megaset macht so hier sind wir wieder wir haben wieder 35.071 Münzen ähm und ja wenn ich das jetzt das Megaset jetzt äh kaufe dann hab ich null Münzen mehr und das wollen wir aber nicht haben und deshalb will ich jetzt einen teuren Spieler haben so und ich würde sagen es geht los wir schließen wir schließen die Augen einfach wir schließen die Augen bitte lass jetzt einfach etwas Gutes drin sein bitte bitte EA ich flehe nicht einmal nur so krass an wir haben drin Lukaku Treschowas Malonso Chorat Sandjowicz Lamela Scheiße wir sagen ich schon fast traurig aber man kann einfach nichts an ändern hier auch noch Boni Azu ja ich würde aber dann auch sagen was das von diesem Pekko bringen und ja hier nochmal kurz vorab wollte ich mich ja entschuldigen dass gestern kein Video kam das lag daran dass ich viel lernen musste und dann keine Lust mehr hatte ähm ein Video hochzuladen und ja denn das hat dann auch viel zu lange gedauert und ihr wisst genau was ich dann meine so und ja das war es dann aber auch schon von diesem Pekko bringen und ja wir sehen uns nächstes mal wieder